Hallo und herzlich willkommen beim Literaturcocktail auf TDTV, liebe Zuschauer. In dieser Sendung beginne ich eine neue Reihe im Literaturcocktail, die Bibliothek. Ich lade Sie heute ein, mit mir in meiner Bibliothek zu stöbern und stelle Ihnen alte und neue Bücher vor, Bekanntes und Unbekanntes aus Deutschland und aller Welt. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. In dieser ersten Staffel behandle ich Bücher von englischsprachigen Autoren. Das erste Buch trägt den Titel »Und wählte fünf glatte Steine«, wurde von Anne Fairbairn verfasst und stand in seinem Erscheinungsjahr 1966 wochenlang in den amerikanischen Bestsellerlisten. 1969 erschien es in der Übersetzung von Mark Rien bei Rowold. Zur Einstimmung möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen. Ich habe es mir genau überlegt. Ein Stipendium bedeutet, dass alles frei ist, das meiste jedenfalls. Wir sind keine ganz Armen nicht. Ich habe ein paar Pennies auf die hohe Kante gelegt. Aber ich kann mir doch einen Job besorgen, das geht bestimmt. Der Prof sagt, eine Menge von den Jungs haben Jobs. Du besorgst dir keinen Job nicht, wenn dadurch dein Studieren und Lernen zu kurz kommt. Ich habe dir doch gesagt, wir sind keine ganz Armen nicht. Nein, das werde ich nicht machen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir erstmal rausfinden, ob ich überhaupt die Prüfung bestehe. Die bestehst du. Wichtig ist bloß, willst du es auch ganz bestimmt? Ich komme schon zu Recht, Gramp. Habe schließlich mein ganzes Leben lang in der weißen Welt gelebt, oder? Sie aßen ihr Abendbrot. David hatte es gekocht, weil er einen gewaltigen Hunger hatte und essen wollte, sobald Gramp heimkam. Es gab Krebse und Artischocken, rote Bohnen vom Tag zuvor und Reis. Jetzt lehnte sich Gramp wohlig satt zurück und klopfte sich anerkennend auf den Bauch. Du nimmst mir meinen Job weg, Junge. Er zündete sich eine Zigarette an, schaufelte eine imponierende Menge Zucker in seinen Kaffee, probierte vorsichtig, tat noch ein wenig mehr Zucker hinein und fuhr fort. Hast dein Leben lang mit einer weißen Welt gelebt, aber nicht in einer weißen Welt. Das ist der Unterschied. Wir leben in einer Welt, die leben in einer anderen. Bin nie ganz so gewesen wie deine Großmutter, die nicht mal wollte, dass du für die arbeiten musst. Hat doch keinen Sinn, nicht zum Teufel. Die haben schließlich das ganze Geld, die ganzen Jobs und die ganze Macht. Der Haken ist bloß, du marschierst mitten in ihre Welt rein. Und das ist das, was sie nicht wollen. Auf gar keinen Fall. Wir haben hier eine Unterhaltung zwischen der Hauptperson David und seinem Großvater. Die ganze Geschichte spielt in den Ende der 50er Jahre. Und der Titel und wählte fünf glatte Steine bezieht sich auf den biblischen Kampf David gegen Goliath. Das ist das Leitmotiv des Romans. Und es geht, wie wir schnell merken, um die gewaltsame Unterdrückung der Afroamerikaner in den USA. Die war eben in den 50er Jahren allgegenwärtig und ganz normal, wie man vielleicht sagen könnte, müsste. Diese Hauptfigur David Champlin wächst, der junge Mann wächst in den einfachsten Verhältnissen auf, bei seinem liebevollen Großvater in Louisiana im tiefen Süden. Es stellt sich schnell heraus, dass er sehr talentiert ist. Und er findet einen Förderer, einen Professor aus Dänemark, der heißt Bjarne Knützen. Der sorgt dafür, dass er ein Stipendium in Ohio bekommt, am College. Das ist die erste Stufe seiner Karriere. Aber es ist natürlich, wie wir aus diesem kleinen Gespräch hier eben entnommen haben, schon die erste Hürde. Denn es ist eigentlich ein weißes College, das sich auf seine Fahnen geschrieben hat, auch Schwarze aufzunehmen. Und er lebt alle Abstufungen von Rassismus und Liberalität. Er lebt offenen Rassismus, versteckten, verlogenen. Aber neben der Gemeinheit und den Steinen, die ihm, also manche Leute zwischen die Beine werfen, erlebt er eben auch Freundschaft. Er trifft ein paar ganz wunderbare Kumpels und tolerante, liebevolle Menschen älterer Generation. Und er lernt seine große Liebe kennen. Sarah. Und das ist eine Weiße. Das ist also die große Prüfung in seinem Leben, eine der großen Prüfungen. Er wehrt sich gegen diese unmögliche Beziehung über Jahre. Also damals sind sie ja nun noch ganz jung, aber sie können einander nie vergessen, trotz der weitergehenden Ausbildung und des Berufes, der Berufe, die sie beiden dann ergreifen. Bei ihm ist es dann die Rechtswissenschaft. Also er schließt das College nach der, schon vor der üblichen Zeit mit Bravour ab und studiert Rechtswissenschaft in Harvard. Dort muss er natürlich auch ein bisschen nebenher arbeiten, um sich sein Leben zu verdienen und bekommt also Kontakt zu einem berühmten Anwalt, der Bradford Willis heißt. Geht dem also schon während des Studiums zur Hand. Und der stellt also auch schon fest, dass der junge Mann, Mr. Champlin, dass er also ein sehr talentierter Jurist werden kann. Nun ist es eben in seiner Situation, weil er eben farbiger ist, besonders wichtig, dass er dieses Studium mit Erfolg abschließt und eben in der Rechtswissenschaft für sein Volk, für die Afroamerikaner tätig werden kann. Das könnte er auch. Er findet also Bewunderer, Förderer und im Prinzip könnte er nach dem Abschluss dieses Studiums auch Diplomat werden. Er hat ein wunderbares Angebot und ja, da kommt aber was dazwischen. Wir schreiben das Jahr 1954. Da passiert Folgendes. Der oberste Gerichtshof erklärt die Rassentrennung in den öffentlichen Schulen für verfassungswidrig. Und diese Erklärung, dieser Beschluss des obersten Gerichtshofs sollte natürlich in allen Staaten durchgeführt werden, auch im tiefen Süden, aber dagegen wehren sich ganz, ganz viele Weiße im Süden mit allen Mitteln, aber auch mit allen Mitteln, nicht nur mit Tricks und Täuschen und so, sondern wirklich mit Schirer-Gewalt. Man kennt da auch Fotos und Filmaufnahmen und Presseberichte aus der Zeit. Also die Kinder, die dann wirklich in die weißen Schulen gehen wollten und sollten, die hatten wirklich einiges auszustehen. Die haben teilweise Todesängste ausgestanden und nicht umsonst. Das kann David Champlin nun nicht ertragen, dass die angestammten Rechte seines Volkes eben torpediert werden durch die traditionell denkenden Weißen im Süden. Und er verzichtet auf seine Karriere. Er fährt in den Süden und greift in den Kampf ein. Also die versuchen wirklich, Schulen und öffentliche Gebäude zu schützen, damit die Schwarzen dort Zugang haben, damit die Schwarzen Bürger dort Zugang haben. Und das ist eine verdammt gefährliche Angelegenheit. Die Weißen tun also alles, um das zu verhindern. Seine Freundin Sarah geht nach Europa. Dieser Kampf, den er für sein Volk führt, der hat für ihn Vorrang. Und die Beziehung zu einer Weißen hält er sowieso für unmöglich. Also trennen Sie sich erst mal. Sie ist Künstlerin. Sie versuchen beide, die Beziehung zu überwinden. Er in den USA, sie in Europa. Es gelingt aber eigentlich beiden nicht. Sie können einander nicht vergessen. Und bei der nächsten Begegnung ziehen sie dann zusammen, haben das große Glück, eine kleine Wohnung zu finden, wo man eben nicht darauf achtet, dass ein Schwarzer und eine Weiße zusammenwohnen, was im Grunde ein Verbrechen war damals. Absolut unmöglich. Sie heiraten und sie bekommen ein Kind. Aber der Kampf geht weiter. Der Kampf Davids für sein Volk geht weiter. Und es ist eine ausgesprochen abenteuerliche Geschichte. Es ist ein Straßenkampf. Es werden Personen in Geiselnahme genommen, kleine Kinder. Und er kniet sich da rein und schafft es auch. Aber das Ende ist tragisch. Wir haben ganz, ganz starke und lebendige Charaktere in diesem Buch. Wir haben sehr viele Figuren und Namen, viele Schicksale. Aber trotzdem werden alle Handlungsfäden durchgehalten. Die von David, die von seinem Mentor Brad Willis, der sein eigenes Schicksal hat mit seiner Frau, die Alkoholikerin ist. Die Geschichte, die seine Familie miteinander mit anderen Familien verbindet. Und auch natürlich diese Liebesgeschichte zwischen ihm und der Weißen Sarah. Also ein sehr dramatisches, aufregendes, interessantes Buch mit sehr lebendiger Sprache, glaubhaften Dialogen. Deswegen also durchaus verfilmungsfähig. Teilweise ein bisschen weitschweifig. Und die Zeit und der Kulturkreis der Zeit sind also sehr teilweise etwas biblisch dargestellt. Ich habe eigentlich nur eine Geschichte daran, die mir nicht so gut gefiel. Es gibt ein paar Abkürzungen, weil das Ganze auch eine politische Story ist, die nicht erklärt sind. Zum Beispiel gibt es den SNCC, das ist der Student Nonviolent Coordinating Committee. Eine Studentenorganisation, die also diesen Kampf koordiniert. Und ganz wichtig, die NAACP, die National Association for the Advancement of Colored People. Das ist der US-amerikanische Verband der Farbigen, der sich damals für die Durchführung der Rechte eingesetzt hat. So, und zum Abschluss werde ich Sie noch einmal mit einem kleinen Zitat erfreuen aus dem Schlussteil dieses Buches. David legte eine Hand auf seinen Arm. Halt an, sagte er. Fahr auf den Grünstreifen, wende den Wagen und halt an. Brad gehorchte wortlos. David stieg aus und sah die gleißende Sonne im Rücken, die eben erst ihren höchsten Stand verlassen hatte, die Straße hinunter. Oh Gott, sagte er. Oh Gott. Er sah keine Gesichter, nur die Rücken einer unübersehbaren Anzahl von Menschen, die fast regungslos in düsterem Schweigen warteten. Die Männer trugen schweißgetränkte Hemden und Bluejeans, Kakehosen, Unterhemden, alles von Staub und Schweiß ganz grau. Die Frauen Baumwollkleider, deren leuchtende Farben der Schweiß matt gemacht hatte. Hier und da hielten Sonnenschirme, Tücher oder alte Strohhüte die sengenden Strahlen ab. Hier und da brannte die Sonne erbarmungslos auf unbedeckte Köpfe. Die Menge war gesichtslos, denn alle schauten nach Osten, dahin, wo die Kinder im Pferch warteten. David blieb stehen. Seine Füße wie Blei, sein Magen krampfte sich zusammen. Er ließ seine Augen über die Rücken der stummen Menschen wandern. Ich frage mich, sagte er, ob sie wissen, dass in Leesburg, Georgia, 20 junge Mädchen einen Monat lang ohne Schlafmöglichkeit und Decken in einer einzigen Gefängniszelle festgehalten worden sind. Ob sie wissen, was in Jackson mit jungen Menschen wie denen drüben im Pferch passiert ist. In Planterstown, in Birmingham, in Maryland und in Virginia. Ob sie es wissen? Natürlich wissen sie es, David. Warum? Weil das bedeutet, dass sie Mut haben. Mut. Brad ging weiter, aber David rührte sich nicht vom Fleck. Wir haben es nicht eilig, Brad. Wir haben noch 50 Jahre Zeit. Ein Jahrhundert. Er lächelte, aber er lächelte mit zusammengebissenen Zähnen. Brad wandte sich um und wartete. Dann wollen wir jetzt für einen Tag davon einstehen, sagte er. Also meine lieben Zuschauer, wir haben eine ergreifende, starke Geschichte mit dramatisierter Historie, mit Politik, Liebe, Freundschaft, allen spannenden Elementen. Sehr geeignet für eine Verfilmung und obwohl es schon 50 Jahre alt ist, auf jeden Fall ein empfehlenswertes Buch. Liebe Zuschauer, das war die erste Folge der Bibliothek im Literaturcocktail mit dem Roman und wählte Fünf glatte Steine von Anne Fairbairn. Auf Deutsch erschienen 1969 im Rowold Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein. Und wenn Sie selbst gern einmal über ein gutes Buch sprechen möchten, schreiben Sie an literaturcocktail.de, kommen Sie ins Studio und stellen Sie Ihr Lieblingsbuch im Gespräch vor. Ich freue mich auf Sie. Für heute Tschüss und auf Wiedersehen im Literaturcocktail auf TIDE TV. Untertitelung des ZDF für funk, 2017